Das erinnern wir jetzt so. Ich nehme es schon. Ich muss erst mal ein SDU fertig, bevor der Folge wieder da ist. Meine kleine Verteidigung. Wie jetzt? Was ist jetzt? Hab ich nicht mitgerichtet. Ein Team schreibt an alle. Eine Bar. Oh, da fand aber einer richtig lustig. Dem fällt direkt was aus dem Gesicht vor lauter Freude. So. Ich hab High Girls geschrieben. Ich glaube, ich hab keinen Breach. Kann ich hier oben ja eigentlich gar nichts machen, ne? Ist doch nicht schlimm. Bin doch hier. Kraftraum ist klar. Ich hab mich gerade gewundert, warum Hibana plötzlich 31 Schuss im Magazin hat. Aber ich spüre mit Ash. Meine Drohne ist fast gekapert worden. Also Richtung Toiletten ist keiner. Da hab ich ja gerade einen gesehen. Oh, das ist die Drohne, die ich jetzt nicht gesehen hab. Okay. Im Strip-Club ist einer. Ein Gigan. Scheiße. Haben leider nicht gekriegt. Die haben mir wieder laufen hören. Naja, die anderen müssen heute mal einen Clash machen. Ich bin jetzt unten. War der noch im Strip-Club oder ist er da weggelaufen? Keine Ahnung. Der ist weggelaufen. Der ist Richtung Klo gelaufen. Na, da muss er. Der ist links. Wo ich immer stehe und ich guck da nicht hin, ey. Ich hab jetzt aber einer bei dem Billard. Der war sozusagen links durch die Tür, dann links. Das ist mir auch eine kleine Nische. Da steh ich auch immer drin. Da siehst du ihn. Hast du gesehen? Ja. Das ist, glaube ich, mir erschlichen. Das war so geil. In dem Moment, wo du wegläufst, zurück ins Strip-Club, kommt die Alte raus und der schießt mich. Typisch. Hm. Ist ja merkwürdig, ha? Na ja. Kann immer passieren. Eigentlich. Ach ja. Ich hab so ein halbes Blechpizza im Mund. Keine Ahnung. Oh, Frostspiel. Gehe in der Falle her. Hm. Nicht Tartjanka. Hm. Das Beste zum Schluss. Ach so. Nein, da gibt's nur die Wände. Boah, das ist so eine dumme Verschwendung von Wänden da hinten, ey. Ich mein, das kann euch so egal sein, ob die da reinkommen oder nicht, ne? Also, der ist eh kein guter Angriffspot. Ja. Und wenn du jetzt hier noch einer hoch, um hier oben eine Luke zu verstärken, kann man einem mal erklären. Oh, da bist du ja du gewesen. Hm. Du bist ganz schön blöd. Hier sind nämlich noch zwei Luke, hier sind nämlich noch die andere. Ich hab einfach mal random Fallen aufgestellt. Voll gut. Wo sind sie denn? Die kommen in dem Garagenzugang. Äh, von der Garage, okay. Ja, ja, ja. Da haben sie die Castlewand aufgemacht und sind plötzlich da. Ah, fuck. Oben. Da bin ich beruhigt. Das hat er mich fast erschossen durch die Wand. Unter der Bar, Luke. In dem kleinen Raum. Ja, ist mich genau das Problem. Ach, schade. Wann geht los? Okay. Ich hab nur zwei Assists und bin auf Platz 3. Wie traurig sind das? Ich hab nur ein Assists und bin auf Platz 4. Wenn man ja noch einen Niegen hier, der noch gar nichts gemacht hat. Ne, ich wollte Eschhörer nehmen. Ich lese auch mal Real Flodder. Kanonenfutter. Ich hab die ganze nächste Folge nämlich einfach mal mit Disco-Musik wieder und auch so. Du, 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 du. Mann, das ist echt nicht gut. Besser ist das. Oder vielleicht? Nein. War, glaub ich. War. Ich hab weggeschossen. Lenk einfach nur grob in die Richtung und so zwei Sekunden später auf einmal entdeck ich das Ding. Alle markiert. Sehr schön. Okay. Muss ich mal grad gucken. Ja, der Lageplan. Wo ist denn da was? Jetzt hab ich echt grad den Lageplan irgendwie nicht richtig nachvollziehen können. Kitchens, Big Week. Boah, ich mach hier mal Angriff, als hätte ich einen Breach, aber ich hab doch gar keinen. Ich hab mich nicht mehr mit dir. Ja, ich hab mich mal an. Ist schon bei der Dock tot, schön Construction? Wo ist denn Construction? Ah, Scheiße, die Kamera hat mich Die Kamera ist top Scheiße, Sekunde zu spät Ich hab keinen Falle links Nice Das hat ja gut funktioniert eigentlich Immer hab ich einen gewischt Ich hab in dieser Runde 3 Kills gemacht Den Dock, dann hab ich Cabara gekriegt Und der Castle, der saß einfach im Raum Hat mir die angeguckt, äh, der saß im Rücken zu mir Im Klo Der Richtung, Richtung, ähm Strip-Club geguckt Musst ihn leider von hinten erschießen Alter, Spanner Ja Der sah mir wie gefährlich aus Den musste ich von der Schusswaffe gebraucht machen Das ist aber schon auch ein Premium-Design, ne? Wenn du selbst auf dem Klo noch die Stripperin sehen kannst Ja Wahrscheinlich so ein VIP-Klo Musst du schon extra für bezahlen, ne? Hä? So gut, ey